Was? 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 Ich tausche dich. Wer soll noch rüberladen? Hoh 10 Uhr! Ey Botti! Botti, guck mal! Was? Was geht denn an bei dir da? Ey, willst du Pommes essen und? Wie? 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 Wie soll ich denn das reinstellen, wenn es nicht von mir ist? Du kannst es doch von dem Handy auch schon reinstellen. Keine Ahnung, ich hab doch nie so ein modernes Handy besetzt. Wie? Hallo, ich bin Marcel! Ich hab noch ein Video gedreht, ich hab noch ein Video gedreht. Ich hab noch ein Video gedreht, ich hab noch ein Video gedreht. Dann schicken wir die Hände, ja? Ich bin neuer, kriegt ihr alle! Ey, ihr seid doch zu müssen, ich bin der Meinung, bei YouTube geht da rum. So kriegt ihr sie nicht! Ey, fährst du wieder mit Freie Mannschaft in der Ehe, oder? So! Seht's doch! Auf dem Fall auch! Dann hast du nichts mehr! Ich war noch im Zerbst! Aber da hast du auch nichts verloren! Nee, 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 nee! Das ist ja wohl keine Freie Mannschaft! Aber da gibt's das nicht hin, oder was? Ja! Da gibt's kein Bahnhof! Und hier nach Zerbstgart, kann man? Da gibt's kein Bahnhof! Aber wir sind ja schon wieder mit Freie Mannschaft in der Ehe! Hey, du verliegst immer, ey! Aber das soll nicht sich immer so, so was zurückkommen! Beweismaterial ist immer gut zu Hause! Das würde ich dem anderen einfach nicht antun, so weißt du? Wenn das nicht, wenn der Schicke sitzt hier auch immer hinten! Und wir fahren noch zu zweit, da? Das hätte ich mir auch geschehen können! Das geht doch noch mal rein, was man haupt, da geht noch mal richtig rein, jetzt ist es etwas nicht in der Gapel. Hey, vor allen Dingen, das Video ist doch nicht vorbei, ne? Inkognitor, was? Inkognitossi. Komm, gibt's, gibt's Kognitossi. Inkognitossi, oder wie war das? Impulsino-Kuck. Impulsino-Kuck, oder Inkoku-Pussy. Scheiße! Vorsicht! 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 Hey, pass auf, nächste Woche bin ich mit so 22 kmh gegen dieses Ding gelaufen. Mein Kopf war kaputt, aber das ding ich, also... Ey, hast du schon ein neues Breitband-Handy? Hey, der Hammer! Hey, nicht ein Stück! Lass die Lampe drehen! Lass die Lampe drehen! Lass die Lampe drehen! Ohne Lampe! Komm her hier! Und ich will auf, und ich wollte das gucken. Hey, Vorsicht! Lass dich nicht auf, komm her hier! Komm her hier! Komm her hier! Wir haben ihn aus dem richtigen Moment erleben. Komm her hier! Sauber! Haha! Hahahaha! Auf jeden Fall ist das nicht müde! Hey, Vorsicht! Hey, Vorsicht! Hey, ich will weg dich nicht auf. Komm her! Hey! Was hältst du jetzt mal vor? Vorsicht! Oh ja, was hab ich hier rein! Haha! Ich hab mich hier rein! Ich hab mich hier rein! Ja! Ich hab mich hier rein! Hey, Alter! Ich hab mich hier rein! Hey, Alter! Ich bin interessanter übers Handy zu gucken wie live! Wahrscheinlich weil's HD ist! Geht doch mit dir! Ah, guck dir hier rein! Nice! Rüst rein! Guck dir! Geht nur vor! Wah, wah, wah! Komm her! Komm her! Komm her! Ey, nichts ist brutal werden! Ich hab dir nichts getan! Ja! Wehe! Guck, jetzt kriegt er Wasser hier rein! Puh! Das musste der schon im ersten Jahr klar! Das wurde... Das ist ein Dampfer für mein Freund! Nein! Nein! Ich hab mir noch verletzt! Hey! Hey! Ich bin verletzt! Ich wurde angefahren! Oh! Ey! Lieber! Hast du schon die Story erzählt wie dich vor die Tür legt das? Hey! Ich hab Gummilieger! Hey! Ey! Ich hab dich zu sehen! Ja, ja. Ist von Yali! Boah! Alter, so ein Lutkostuner! Ich geh jetzt rein! Du musst so was machen! Ja! Ey! Gelbe Gummistiefel, Alter! Für 105 Euro, ey! Ich geh, ich geh ein, ich hab heute gebraucht. Ja, als Interviertel, gelbe Gummistiefel, weil du so leicht beinahe... Ey, 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 ey. Aber du bist ja so recht, wenn du das so was willst. Okay, du musst auch mal runter. Ja, aber ich hab' recht. Ja, ich hab' dich nicht gelogen. Boah, Alter, jetzt gibt's Panik. Ich werd' irgendwie jetzt dran machen und keiner mitverstellt. Ey, ich hab' alles auch genug, ja. Ja, 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 ja. Das ist ja egal, Hauptsache Oliver sieht's jetzt nicht. Pingeling! Pingeling ist er gerade. Pingeling ist er. Ja,発issenschaftpare. Na, fuhl sie gegner werden wirklich. Ja, das ist ja nicht, ich hab' dich nicht alle abuse lindo. Komm, ich hab' dich anschein!! Genau, ich hab' die rede mache, dasszesti muss Aber itfaced Photikk Rate fahren. Wir waren nicht, Mann, ich hab' den Kimmolin. Ja! Wir waren nicht. Bäh! Wie geil, wie geil! Ey Lee, ab um eins bist du weg, wenn du's bis dahin wieder merkst, bist du raus ey! Lass dich niemals anscheißen! Nur wir gehen runter! Was ist denn da? Ich hab keine großen Maronen! Wie groß? Wie groß? Die Augen! Überraschungsaugen! Werden da auf der Söhne so vergascht! Überraschungsaugen! Schön eine Seite so groß, eine weiß! Das wollen wir bestimmt guter Brutzglück! Hallo! Hab ich den Scheiß nicht! Du würdest da gehen, das bleibt bestimmt nur kacken! Wenn der Frau vermacht, hat er die große Augen, dann sagen wir mal... Danke! Nee, tut doch nicht weh! Ey, was sollen wir denn überhaupt noch reden? Das sagen wir denn überhaupt nicht! Kann man jetzt nicht! Oh, scheiße! Ach! 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 Ich reiße alles runter! Du machst es selber, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ich weiß ja für mich, auf welchem Typ du so schließt! Nein, das ist natürlich sexuell! Er hat mir auch vorhin gesagt, ich bin sexuell! Also, ne? Ich hab... Ey, Lee hat schon mal gesagt, er wäre Jack the Rippo gewesen! Das ist schon wieder weg! Ey! Die denkt jetzt zurück! Haha! Die denkt jetzt zurück! Haha! Was für ne Schüsse? Hast du noch den Text frei? Was für ne Schüsse? Guck mal hier! Wir haben hier noch letzte Schüsse! Was war die Schüsse? Was war die Schüsse? Was war die Schüsse? Was war die Schüsse? Hast du eine? Auch eine? Ja, wir haben hier noch letztes Mal schon... Was? Torsten war das... 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 Sieht man was? Ey! Und der Fenster! Aua! Nee, aber ey! Aaaaaaah! Letzte Woche war das drin! Wir müssen das... Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! So! Wie lange gibt's den Computer? Ähm... Aber du... Aber ich muss den dann anlassen! Oder nichts mehr? Hör mal raus! Wie lange ist denn das jetzt schon? Zehn Minuten? Dann warst du ja... Oh, Oh, Oh! Soll ich das mal eine? Ja! Ach! Soll ich da rauskommt... Ich komm... Ich komm... Ich komm... Ich komm... racin' Für mich... Ich komm... Bis zum nächsten Mal... Opa! Ich komm... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.